einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video möchte euch in diesem video eine kleine software vorstellen die wird auch irgendwo werbung stehen weil ich habe einen schlüssel für dieses produkt bekommen für drei monate oder so um sie zu testen und ja das ist eine kindersicherung fürs handy würde ich jetzt mal so sagen ja doch kindersicherung fürs handy trifftet eigentlich ganz gut ich habe schon mal so eine software vor ich stellte aber die geht jetzt ein stück weiter die werde ich euch auch gleich zeigen das ist die hauptseite die weg euch unten hoch in die video beschreibung verlinken und das ist dieses hier kirkburg pro vor android da haben wird auch noch für ios und dann nur für whatsapp und und ja aber hier bei dem pro ist whatsapp auch mit drin so und die benutzeroberfläche sieht dann am pc so aus also ist jetzt nicht so dass ihr über euer handy sehen könnt wo ihr kind ist oder irgendwas der gleichen das ist halt wirklich ihr seht es nur am pc also ihr müsst dann am pc und auf diese seite gehen also auf eure seite und dann geht ihr meine produkte und mein dashboard oder so und dann seid ihr hier und dann seht ihr praktisch die konto id das ist meine e mail adresse benachrichtigungs e mail wo die wenn wenig benachrichtigt werden werden soll über irgendwas kommen wir gleich noch dazu an welche e mail adresse das geht welchen plan ich habe drei monate halbes jahr jahr ablaufdatum automatisch erneuerung deaktiviert also das ist dann halt praktisch nach der zeit wenn es abläuft automatisch wieder aktiviert wird also verlängert wird und dann halt vom konto abgebucht wird ist bei mir deaktiviert auf der anderen seite hier seht ihr dann praktisch die informationen zum gerät gerätename warum da das steht der namen meiner mutter da steht mutti ja aber ich habe da eigentlich schon überall eigentlich josis drin warum da immer noch mutti steht ich habe überhaupt kein plan lustig ist auch mit mit dem mit dem mit der mit dem trekken vor ort muss ich euch auch gleich mal zeigen ja welches gerät betrieb betriebssystem ist hier android 10 drauf ob so gerade online ist wifi ist an gps ist an batterie level sehe ich und dann halt praktisch die letzten anrufe die top 8 anrufe und dann halt wie viel mal da steht natürlich ganz oben weil meine tochter mich ja angerufen hat ganz oft von der schule von unterwegs kommt später kommen morgen kommen heute was weiß ich mit der ortskennung also das handy befindet sich gerade im wlan netz hier zu hause laut diesem sind wir hier irgendwo bei duisburg ich zeige euch das mal hier ist oberhausen die duisburger straße und wir sind hier das ist mit dem ort ist das noch oberhausen ich glaube es ist noch so der oberhausen also wir sind gerade in oberhausen hier hinten irgendwo bei marxow hier sind wir irgendwo sind wir nicht also ich bin bei berlin aber da bin ich definitiv nicht ganz lustig so aber dann haben wir hier auf der rechten seite auf der linken seite kann man den ganzen kategorien wir haben so also kann man jetzt auch ein klappen hier so ist jetzt wenn es eingeklappt ist so der sport allgemein dann war telefondaten dann war anrufliste da sehen wir dann halt wer wen wer wen wie lange angerufen hat also ob die kindheiten anrufe kriegt hat und wie lange oder ob die kind jemand angerufen hat und wie lange dann sehen wir halt die namen mit dem telefonbuch eingespeichert sind wir sehen die nummern wir sehen auch hier ausgehend eingehend und hier haben wir denn die zeit wie lange und hier datum und noch mal uhr zeit wandelt genau gemacht wurde und wie viel uhr so dann sehen wir die mitteilungen natürlich alles pixeln also ist ja klar so ja mal die kontakte da kann man sehen welche kontakte den kind gespeichert hat dann war im browser verlauf ja sie hat ja gar kein browser drauf also von daher ist detailliert er nicht wundern dann haben wir fotos da gehe ich jetzt nicht rein da haben wir die whatsapp fotos wenn sie selber fotos macht oder downloads so video vorschau da haben wir den halt videos drinnen da gehen wir aber ganz schnell weg das sind sie und ihre freundinnen und was nicht sehen so und dann haben wir aktivität damals momentan keine so ok logger sind wörter die nicht bei den wörtern app launcher app launch app anwendungen keine ergebnisse so kalender aber hier auch noch den kalender was hier eingetragen ist hier sind andere sachen drin wurde mit meinem profil noch verknüpft war irgendwie ganz komisch also nicht ich meine das telefon von meiner tochter ja da war mal so ein kleiner fehler darauf dass die google security links da diese kinder links dass er aus meinem und ihrem konto ins gemacht hatte und dass meine telefon kontakte denn halt bei ihr waren und da hieß oma denn bei ihr mutti und umgedreht und hast nicht gesehen ganz komisch da hat sie hier noch was drin ja dann müsste man das dann auch mal löschen so dann haben wir hier standort hier sehen wir den standort und wir können auch alle anderen standorte abrufen mit und dann sehen wir auch hier die uhrzeit wann da getrackt wurde aber wenn ich denn hier auf gehe dann sehe ich das halt also hier sind natürlich auch andere standorte so hier kann man dann auch noch bestimmte bereiche markieren wenn es dahin geht das kind kann man dann halt sagen wenn du dahin gehst hier hin gehst so diesen bereich so dann möchte ich halt benachrichtigt werden e mail benachrichtigungsicherung wenn ihr kind halt da hingeht kriege ich eine e mail benachrichtigung wenn man halt bestimmte ecken hat wo jetzt hat sie sich wo man wie es da wird nur scheiße gebaut da soll der kind nicht hin dann sagt und dann kriegst halt eine benachrichtigung und poste an was machst du in der ecke wifi logger dann sieht man halt in welchen wifi netzen das handy drin war also halt bei mir und bei meiner mutter das war glaube ich schule im jungclub ja auch wieder jungclub da gammelt sie ja dann oft rum mit ihren leuten so ausschließen dann haben wir hier soziale netzwerke laien weiber telegram das hat alles gar nicht drauf instagram hat es auch nicht drauf also kann ich jetzt sagen das wäre aber bei whatsapp da sehen wir dann halt praktisch die whatsapp nachrichten und dann werden bei bestimmten sachen werden fotos gemacht wenn bestimmte wörter auftauchen zum beispiel so aber dann kann man halt alles lesen und so würde ich jetzt nicht machen interessiert mich jetzt nicht auf facebook und so da hat es ja alles nichts so dann video apps da könnte man dann halt den verlauf von youtube sehen und den verlauf von tik tok und so was alles live aufnahmen da kann ich jetzt hier zum beispiel das funktioniert aber auch nur wenn es im eigenen netzwerk ist wenn ich jetzt hier zum beispiel jetzt gerade sagen wir zwei minuten soll es aufnehmen jetzt rechnet er jetzt nimmt er hier zwei minuten halt das mikrofon vom handy auf stoppen wir das mal ja so 1936 wir haben 20 noch was das heißt das hier wird es jetzt play machen ist halt die qualität nicht so toll weil das licht jetzt seit hier neben mir also nicht vor mir dann anruf aufzeichnen wenn sie jetzt gerade anrufen könnte man auch den anruf aufzeichnen da die dann schon ein bisschen sehr weit so ein screenshot kann man machen jedes bild aufzeichnen wartet mal da zeige ich euch also wenn die kamera natürlich gerade auf dem bauch liegt aufzeichnen wenn die kamera natürlich gerade auf dem bauch liegt dann ist halt also bildschirm ist gesperrt aufzeichnen ich gehe jetzt einfach aus dem schlaf modus könnte man mit eltern zeit freischalten immer nicht wir gehen zurück notfall gehen zurück jetzt sollte das eigentlich fertig sein so aber wenn wir jetzt hier starten sieht man halt nichts bei die zeit doch da im schlaf modus ist weiter kommt man da jetzt gerade nicht rein so dann haben wir fernsteuerung wir können jetzt hier zum beispiel ein screenshot machen das habe ich schon mal getestet noch mal machen so telefon ist aus müssen jetzt mal die so den bildschirm an machen dann sagt jetzt einfach mal screenshot machen wenn wir das dann uns angucken ist halt gerade schwarz so wir können auch ein foto machen das weiß ich aber nicht ob das jetzt hier funktioniert funktioniert nicht funktioniert nicht weil das handy jetzt gerade sperrt ist aber ich habe schon mal ein testbild gemacht dann könnt dass er sehen könnt so habe einfach mal hoch gehalten kann man kriegt auch kein geräusch oder irgendwas also das ist wirklich ganz unauffällig schlüsselwörter verfolgen da kann man dann halt hier schlüsselwörter hinzufügen so trinken saufen geheimnis sex drogen drogen sex und da kann man sind halt entfernen oder halt noch wörter dazu schreiben und dann kriegt man halt wenn das handy dann halt also wenn die software mitkriegt das wort kam dann macht am whatsapp natürlich ein foto damit man sieht wo kam das wort kiffen drin vor und dann haben wir hier noch den datenexport dann können wir halt alles die anrufliste mitteilung kontakte wir können alles den wifi logger alles alle daten die die wir hier auslesen können tik tok suchverlauf geschichte angesehen also auch die angesehenen kann man hier alles sichern und dann export machen als csv datei ja und hier ist dann noch mal berechtigung da sieht man hier was jetzt gerade alles an ist sms lesen kalender alles dann sieht man auch hier wo das alles ist ist gar nicht mal so schlecht wenn man sein kind extrem überwachen will also ich habe ja nur das von google bis jetzt drauf wie heißt denn das ding jetzt wieder habe ich auf meinem handy und auf ihrem handy family link das von google so eine software und da habe ich dann halt ihr kont also habe ich erstellt und habe ich ihr konto google konto damit hingefügt als unterkonto also dass es halt mein kind ist und dann kannst du da halt sagen sie kann videos angucken bis 12 na gut jetzt langsam jetzt ist er 15 jetzt werde ich halt 16 oder habe schon 16 eingestellt dass er sachen bis 16 gucken kann und lesen kann bis 16 und apps suchen kann und apps nutzen kann die ja bis 16 sind oder ja und alles nicht was da drüber ist halt das ist dann halt immer noch grau und da habe ich auch so ein wo ist das kind und dann kannst du halt auch klingeln lassen das handy oder so wenn es halt mal verloren ist das ist halt sehr gut bei kindern weil die verlieren öfters mein handy dann kann man suchen hier hat man mit dem eltern handy hier in der nähe soll es sein lassen wir mal klingeln und dann hörst du ja wo der klingelt und dann findest du den handy denn immer noch recht schnell wieder hat es natürlich gerade irgendwie in einer tasche ja dann klingelt es bei dem in der tasche ja das ist dann schon ganz cool gemacht ja wie gesagt ich werde euch die app verlinken unten drunter ich bin dann noch ein bisschen am rumspielen gucken was sie kann meine tochter weiß übrigens also nicht dass er denkt ich mache das hier ohne das wissen meine tochter weiß das ich habe ihr die app gezeigt und sie weiß dass ich zu testzwecken das bei ihr installiere und dann halt wieder deinstalliere jetzt in den nächsten tagen da ist also das wäre es also da braucht ihr keine angst haben ich mache das nicht einfach hinter ihrem rücken aber ich brauche ein testobjekt und ja dann würde ich mich jetzt hier verabschieden ich hoffe euch gefallen wenn es euch gefallen hat Däumchen wären Träumchen wenn ihr noch Fragen habt in die Kommentare posten ich werde mein bestmögliches tun euch die Fragen beantworten zu können ich bin hier noch ein bisschen am testen mit Josie auch wir schreiben uns es hört sich jetzt bescheuert an aber wir schreiben uns wollen heute wollen wir das mit den mit den morgen wollen wir das heute haben wir das nicht mehr geschafft weil wir bei Oma waren wollen wir das testen mit dieser Worterkennung und sie schreibt mir dann einfach mal also mein handy ist ja nicht registriert hier ist ja nur ihr handy und ihr handy wird überwacht ähm und sie schreibt mir dann einfach mal so Wörter die war da sie hat die Liste sich auch abgeschrieben was für Wörter da drinne stehen und schreibt sie mal heute Abend Drogen nehmen und dann kommen paar normale Nachrichten oder nur ein paar Buchstaben und dann einfach mal nur saufen schreiben oder so und dann mal gucken inwiefern das funktioniert also wir haben es jetzt schon einmal versucht aber leider ich musste die Software jetzt neu machen sind die Fotos dann nicht mehr drauf gewesen weil die hat eine hat ein Update gekriegt das ist eine Android App aber die ist auch hier installiert auf ihrem Handy aber um die zu aktualisieren musste die alte runter schmeißen um die neue zu installieren die kannst du nicht einfach so updaten und dann kannst du doch so einstellen also kannst du so machen dass er halt offensichtlich ist und du kannst so machen dass er halt nicht offensichtlich ist dann kriegst du keine Benachrichtigung auf dem Bildschirm dass die App läuft du siehst doch nicht was die App gerade im Hintergrund macht das ist alles ausgeschalten ja und da sind wir dann wie beide gerade noch ein bisschen am testen findet so uns lustig ja aber nichtsdestotrotz soll es jetzt gewesen sein bis zum nächsten mal heute rein Ahoi sagt euer Odin OITZ TEST